Prinzessin Charlotte, das offenbart ihre über ihre Persönlichkeit. Prinz George, 9, Prinzessin Charlotte, 7, und Prinz Louis, 4, haben ihre Oma Diana 2021 zum britischen Muttertag her zerwarmende Karten geschrieben und Bilder gemalt. Diese hat eine Handschriften-Expertin analysiert und verrät, was die Stiftführung über die Cambridge Kids aussagt. Herzogin Kebruin, 41, und Prinz William, 40, haben die niedlichen Karten ihrer drei Kinder via Instagram veröffentlicht. Diese hat sich Handschriften-Expertin Trazeit-Russell genau angeschaut. Im Video erfahren Sie, was sie anhand der Schriften über die Mini-Royals herausgefunden hat. Verwendete Quelle, Instagram.com, Daily Mail Cook. Verwendete Quelle, Instagram.com, Bildermatrix. Kur snip Bat была انchterler-Expertin siinkertfully. Travare und Partner schf. Verwendete Kebrunnen. Verwendete Kebrunnen. Sorgen langue, WOMAN OS Afiz accountable, paternonatroopathen. Verwendete Kebrunnen, Origins,ес north vers Nicolaus aber St. Vielen Dank.